Um den Download an deiner Playstation 5 zu beschleunigen, gibt es einige Möglichkeiten, die ich dir in diesem Video zeigen möchte. Abonniere meinen Kanal jetzt für weitere kompakte Erklärvideos rund um die PS5, PC und Handy. Zunächst einmal, ich behandle in diesem Video verschiedene Lösungsansätze. Die einen sind offensichtlicher und die anderen nicht ganz so ersichtlich. Bleibe bis zum Ende dran, um auf jeden Fall keine Möglichkeit außer Acht zu lassen. Wenn du interessiert an weiteren kompakten Erklärvideos über die PS5 bist, lohnt sich ein Abo auf meinem Kanal. Ganz elementar und die erste Möglichkeit, die Internetgeschwindigkeit an deiner Playstation 5 zu verbessern, wäre die Konsole nicht über WLAN, sondern über ein LAN-Kabel zu verbinden. Die gibt es in verschiedenen Längen. Wenn nötig, kannst du bei Amazon ein 1 km langes Kabel kaufen. Das sollte vom Router bis zur Konsole auf jeden Fall reichen. Dieses Kabel und andere Längen findest du in der Videobeschreibung. Du könntest zusätzlich auch noch anderes Netzwerk-Zubehör wie ein WLAN-Verstärker nutzen, auf Powerlan, also Internet aus der Steckdose zurückgreifen, oder du schaust einmal in das jetzt verlinkte Video. Du solltest überprüfen, welche Geräte dein Netzwerk ebenfalls in diesem Moment nutzen. Wenn jemand anderes zum Beispiel gerade YouTube-Videos schaut, wirkt sich das negativ auf den Download aus. Ganz grundsätzlich solltest du darauf achten, Spiele und Apps, die im Hintergrund noch laufen, zu beenden. Natürlich auch während des Downloads nicht zu zocken, da so eben auch noch Daten verschickt und empfangen werden müssen. Um eine App zu schließen, die Anwendung auf dem Homescreen auswählen, auf Optionen klicken und hier das Spiel beenden. Außerdem könntest du gerade dann, wenn du eine Internetverbindung, leider immer noch wie im Entwicklungsland hast, den Download auf den Ruhemodus verschieben. Das heißt, wenn deine PS5 nicht genutzt wird und sowieso jegliche Arbeit einstellt, könnten Inhalte geladen werden. Dafür muss aber erst in den Einstellungen unter System, Energie sparen und im Ruhemodus verfügbare Funktionen, der Download in diesem Modus aktiviert werden. Achte außerdem darauf, dass die Software deiner PS5 immer auf dem neuesten Stand ist, da auch das das Downloadverhalten beeinflussen könnte. Nun könnten noch die DNS- und MTU-Werte auf deiner PS5 geändert werden. Das allerdings kann, muss aber nicht einen gewünschten Effekt bringen. Es auszuprobieren kann aber nicht schaden. Ich würde dir aber anders als die meisten Informationen, die du im Netz dazu finden kannst, nicht unbedingt empfehlen, irgendwelche kursierende Zahlenkombinationen einzutippen. Jede Verbindung hat eigene, optimale Zahlenkombinationen und wahllos irgendwelche Einfügen auf gut Glück ist nur bedingt ratsam. Du brauchst dafür einen Computer oder Laptop. Wenn du keinen zur Hand hast, schau das Video weiter. Für dich bleibt nur die Option, die von Sony vorgegebenen zu verwenden, was aber auch nicht unbedingt schlecht ist. Lade dir für die richtigen DNS-Werte das kostenlose Programm DNS Benchmark auf deinen Computer. Einen Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Das Programm kann ohne Installation ausgeführt werden. Wechsle auf den Tab Name Servers und klicke auf der rechten Seite auf Run Benchmark. Das Programm lädt gängige DNS-Server, der mit dem wenigsten roten Ausschlag ist dein bester Server. Wechsel jetzt auf deine PlayStation 5 und teste erst einmal deine Internetverbindung. Als nächstes gehst du in die Einstellungen und hier auf Internetverbindung einrichten. An dieser Stelle wählst du am besten eine LAN-Verbindung aus und klickst auf Erweiterte Einstellungen. Bei DNS-Einstellungen wählst du manuell und gibst die DNS-Werte ein, wovon die primäre DNS der Server aus der Liste ist, mit dem kürzesten roten Balken. Die sekundäre DNS ist die mit dem gleichen Name-Server, aber mit einer schlechteren Verbindung. Falls du keinen PC hast, versuch es einmal mit diesen Angaben, die sind von Sony vorgegeben. Jetzt teste am besten mehrfach deine Internetgeschwindigkeit. Wenn sich bisher noch nicht viel getan hat, kannst du die MTU-Werte verändern. Dafür wieder auf den PC wechseln oder warten. Du musst die Administratoren-Eingabe öffnen. Das funktioniert über das Windows-Logo und der Auswahl von Windows PowerShell. Gebe in das Schreibfeld ping www.google.de-f-l 1500 an und bestätige mit Enter. Wenn du eine Meldung zurückbekommst, dass die Pakete fragmentiert werden müssen, korrigiere die Zahl nach unten und probiere zum Beispiel eine 1450. Wenn jetzt so eine Meldung erscheint, hat die Verbindung funktioniert. Korrigiere jetzt in 10er und 1er Schritten die Zahl nach oben, bis wieder die Meldung der fragmentierten Pakete kommt. In meinem Fall ist bei 1464 Schluss. Das heißt, das ist dann also auch der Wert, den ich an meiner Playstation 5 unter MTU manuell verwende. Wenn du das nicht selbst in Erfahrung bringen konntest, könntest du den Wert 1473 verwenden oder allgemein einfach mal herumprobieren. Im Übrigen, wenn der Download gerade läuft, kann es manchmal was bringen, wenn du den kurzzeitig pausierst und dann weiterlaufen lässt. Schreib mir doch auf jeden Fall mal in die Kommentare, welcher dieser Möglichkeiten dir am besten geholfen hat. Wenn ich dir mit meinem Video helfen konnte, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Werfe auf jeden Fall jetzt noch einen Blick in die Playstation Playlist rein, ich bin mir sicher, dort wird sich noch ein weiteres Video für dich finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!